Hallo ihr Lieben! Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe heute ein Frisuren-Tutorial für euch. Und zwar zeige ich euch drei Alltagsfrisuren, wie ich sie in meinem Alltag sehr oft trage. Weil ich mache meine Haare eigentlich fast immer irgendwie zurück, sodass sie mich nicht stören. Und ja, Frisur Nummer 1 kommt sofort. Das ist diese Frisur, die ich schon gerade trage. Und dann weg dran! Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.